Du willst beim Juma mitmachen? So einfach geht's! Unter juma-os.de kommst du zur Anmeldung. Hier kannst du deine Daten eingeben und dann auf Abschicken klicken. Im Anschluss bekommst du eine Mail von uns. Hier findest du den Link zur Einwilligungserklärung. Diese ist wichtig, damit du am Wettbewerb teilnehmen kannst. Mit einem Klick geht's zum Formular, das du ausfüllen und abspeichern kannst. In deinem Mail findest du einen weiteren Link, um den Beitrag einzureichen. Wenn du alle Infos zu deinem Beitrag eingegeben hast, kannst du diese zusammen mit der Einwilligungserklärung hochladen und alles abschicken. Wenn alles geklappt hat, siehst du die Meldung, der Beitrag ist bei uns angekommen. Falls es Probleme mit dem Upload gibt, melde dich sehr gerne bei uns. Einfach, oder?